exoder blog echte gerichtsurteile ich bin anita farke und freue mich spannende urteile aus dem leben zu präsentieren 2 as 22 24 entscheidung vom 17 7 20 24 rechtsstreit um aas 20 24 bedeutung der entscheidung vom 17 juli 2024 am 17 juli 2024 hat das gericht in der sache in der zeichen aas 22 24 eine richtungsweisende entscheidung getroffen die weitreichende auswirkungen auf die rechtsprechung in diesem bereich haben könnte der fall drehte sich um strittige rechtliche fragen die sowohl die rechte von individuen als auch die pflichten von institutionen betreffen hintergrund der auseinandersetzung war ein vorfall der in der vergangenheit einen erheblichen öffentlichen aufschrei nach sich zog es handelte sich um einen diskurs über die verletzung von persönlichkeitsrechten und datenschutz in digitalen medien die klägerin führte an dass ihre persönlichen daten ohne einwilligung in einem online zugänglichen dokument veröffentlicht worden waren dies habe nicht nur ihrer reputation geschadet sondern auch zu erheblichen emotionalen belastungen geführt die beklagte partei argumentierte jedoch dass die veröffentlichung der informationen im rahmen der journalistischen berichterstattung erfolgte und somit durch das recht auf freie meinungsäußerung gedeckt sei das gericht stellte daraufhin fest dass die balance zwischen dem schutz von individuellen rechten und der meinungsfreiheit eine zentrale fragestellung sei die es in diesem fall zu klären gelte es wird immer wieder zu beobachten sein wie die gerichte in solchen fällen entscheiden und wie sich die gesellschaftlichen normen entwickeln in der entscheidungsbegründung kann kam das gericht zu dem schluss dass die rechte der klägerin überwiegen diese entscheidung beruhte auf der feststellung dass die veröffentlichten informationen nicht von öffentlichem interesse waren sondern eher private details betrafen die ohne zustimmung nicht hätten veröffentlicht werden dürfen besonders wichtig war dem gericht dass die schwere der beeinträchtigung der persönlichkeitsrechte in diesem fall nicht durch das recht auf freie meinungsäußerung gerechtfertigt werden konnte experten aus dem bereich des medienrechts würdigten diese entscheidung als einen bedeutenden schritt in der rechtlichen auseinandersetzung mit den herausforderungen der digitalen welt sie betonen dass das gericht klare grenzen für den umgang mit persönlichen daten in der öffentlichkeit setze und somit die rechte von individuen schütze diese art von rechtsprechung könne dazu beitragen das vertrauen in die medien und digitale plattformen zu stärken da individuen wissen dass ihre rechte nicht leichtfertig verletzt werden können die entscheidung könnte auch auswirkungen auf zukünftige gerichtliche auseinandersetzungen haben fachleute rechnen damit dass ähnliche fälle in denen es um die balance zwischen öffentlichem interesse und individuellem datenschutz geht künftig möglicherweise zu ähnlichen urteilen führen könnten das gericht habe mit seinem urteil ein zeichen gesetzt dass persönliche daten auch in zeiten der digitalen informationsflut einen hohen stellenwert behalten müssen zusammenfassend ist festzuhalten dass die entscheidung a erst 220 24 nicht nur im hinblick auf die behandelten fragen von bedeutung ist sondern auch als präzedenzfall für zukünftige rechtsstreitigkeiten in diesem bereich dienen könnte der ausgang dieses falls könnte von langer bedeutung für den schutz der persönlichkeitsrechte in der digitalen welt sein und wird daher weiterhin aufmerksam beobachtet werden autor anita farke freitag 23 august 2024 danke fürs zuhören denk immer an eine möglichst nette bewertung um uns zu unterstützen